Hi, da seid ihr hier. Na, kennt ihr mich noch? Ich bin die Rita aus der Bar. Na gut, das ist jetzt drei Jahre her, aber kommt schon, so ein Gesicht vergisst man nicht. Ihr könnt euch doch bestimmt noch an Max und Randy erinnern, meine beiden Stammgäste. Randy ist jetzt irgendwie in Berlin. Was der da genau macht, weiß irgendwie keiner. Aber naja, Randy halt. Und Max, der hat jetzt den großen Durchbruch geschafft. Der ist jetzt in einem internationalen Kinofilm. Davon muss der Englisch lernen, was irgendwie ganz schön scheiße ist. Paula weiß das auch, weil mein Englisch einfach echt miserabel ist. Meinen Sie so, meld dich mal bei Donny. Habt ihr den Kontakt oder was? Auf jeden Fall gibt's da ja auch noch Donny. Donny, der, naja, der hat mal eine Rolle, dann hat er wieder keine und momentan ist er auf der Wohnungssuche. Ja, das Ding an der Sache ist, dass du ja irgendwie scheinbar Paula geschwängert hast. Ich. Der kommt mal hier, mal da unter, mal bei Paula, mal bei mir. Habe ich noch irgendwen vergessen? Ich glaube nicht, aber es wird auf jeden Fall spannend. Wir sehen uns auf jeden Fall noch wieder. Bis bald. Ciao, ciao. Max, warum steht da Paula? Max? Max.